Hallo! What geht? Wir spielen jetzt wieder Satisfactory und bauen jetzt endlich unsere Fabrik auf. Und bald sind wir dann damit eigentlich fast durch. So und pushen Elf Rhyme hier. So Nice. 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 Wind. Und hier kommt dann Splitter hin. Okay. Okay. Hallo. Klopf. 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 What gate? Ach ja, ich versuch' gerade das Update zu machen. Nein, ich mache das Update nicht. Ich versuche es. Okay. Ja, okay. Das ist gut. Und gleichzeitig irgendwie die Kopfschmerzen zu vertreiben. Oh. Was tust du? Ah, das ist... Das klingt total dumm. Aber... Immer wenn ich irgendwie so auf Feiern gehe oder so, fühle ich mich am nächsten Tag als hätte ich gesoffen. Auch wenn ich keinen Schluck Alkohol getrunken habe. Ich habe so Kopfschmerzen danach. Jedes Mal. Kriegst du da vielleicht einfach zu wenig? Oh, du meinst abgesehen davon, dass ich gestern grundsätzlich nur einen Kaffee und zwei Gläser Cola hatte? Ja. Ja. Das ist vielleicht auch noch ein Grund dafür, dass man sagen könnte, hm. Ah. Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich hol mir gleich mal was zu trinken. Wenn man mal überlegt, eigentlich soll man ja pro Tag wie viel Liter Wasser trinken? Zwei. Zwei. Zweieinhalb. Wieso? Ja. Ach ja, da komme ich nicht ganz dran. Wie. Ich habe gesehen, du warst gestern sehr, sehr fleißig. Oh ja. Es war glaube ich auch nur ein Zehn-Stunden-Stream oder so. Oh, oi. Okay. Warte. Ne, zehn Stunden waren es nicht. Jetzt sag mir nicht neun Stunden 58, das zählt als zehn Stunden. Ne, ne. Warte. So, jetzt kann ich nachgucken. Inhalt, Videoproduzent. Ah, okay. Es waren doch nur sieben Stunden. Das ist trotzdem lang. Es hat sich trotzdem angefühlt wie zehn. Glaube ich, danach ist der Kopf immer so matschig, ne? Ja, und vor allem, wenn man dann... auch noch so harten Schlafmangel hat. Ähm. Ja. War nicht die beste Entscheidung. Hm. Komisch. Ja. Verstehe ich nicht. Na ja, das tun viele nicht. Also, ich weiß dann auch nicht warum. Okay. Ich hole mir eben ne Cola und dann starte ich auch beim Stream. Okidoki. Ja. Und dann... Bann ist das hier... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo Peanut, warum Hilfe? Bist du wieder in Sucht Factory drin? So, ich bin zurückgekehrt und habe mit dem Streaming begonnen Hallo Das halbe AKW läuft, nice, Glückwunsch dazu Peanut hat gestern angefangen, ein Kernkraftwerk zu bauen It's a fetch Oh, dann müsste ich dir ja gleich einmal eine Tour geben Oh ja Ich mache noch eben hier alles fertig, den Wild Spot habe ich immer noch nicht richtig eingestellt Weil, naja, also gestern hatte ich den Computer halt wirklich gar nicht an Ja, sauber Muss auch mal sein Ja, ich bin nach Hause gekommen, habe mich schlafen gelegt Und bin von da aus direkt zur Betriebsfeier gegangen Und wie war es eigentlich? Ach, es war eigentlich ganz entspannt Äh, ein Arbeitskollege von mir, den kenne ich seitdem ich so ganz, ganz klein bin Weil sein Sohn war mit mir im Kindergarten Und, ja, mit denen habe ich mich quasi die ganzen Abend unterhalten Also mit ihm und seiner Frau Ja, sauber Heißt, ich saß da zumindest schon mal nicht alleine rum Ja, ja, dann war ja die eine Befürchtung ja Ja Nicht ganz so schlimm Ja Aber es war trotzdem sehr anstrengend Und ich war sehr, sehr kaputt, als ich dann wieder nach Hause kam Weil so soziale Interaktionen sind sehr auslaugend Ja, das glaube ich Also, kenne ich auch nicht anders Meine Güte Das fängt schon gut an Wieso? Ich muss das Spiel nochmal neu starten Da kriege ich die Verbindung zum Server nicht Oh Echt, das fühlt sich immer, wenn ich irgendwie soziale Interaktionen am Tag zuvor hatte Fühle ich mich am nächsten Tag, als hätte ich gesoffen Ich habe so Kopfschmerzen Das ist nicht cool Und es kann doch nicht nur am Trinken liegen Klar Nein, ich habe das nie Ich habe das wirklich nur nach Feiern Und ich trinke ja auch die restlichen Tage so wenig Ich bin schon froh, dass der Kaffee so halbwegs wirft Musst du dir noch Dope einschmeißen Ja Also ich habe das eher durch die ganze Bewegung und das Der zusätzliche Stressfaktor, dass es dann halt Was zusätzliches wird Hm So Im Moment, ich mache nicht den Multilink auf Sondern ich mache deinen auf Weil dann kann ich deinen Chat anständig im Auge behalten Aber den ganzen Rest ausblenden Ah, okay Weil die Multi-Twitch-Seite hat leider keinen Keinen Kino-Modus So, dass ich rechts den Chat und sonst über den ganzen Rest Den Bildschirm nur ein Bild habe Das ist eine sehr gute Idee Ich mache mal den pinken Stuhl wieder weg, ja Obwohl, eigentlich müsste der ikonischerweise einfach da stehen bleiben Ich mache ihn nur wieder orange Wow, ich kann deinen gesamten Chat nicht anzeigen lassen Ja, das geht Okay, super Ja, du kannst auch einfach, äh Warte mal, bevor du weiter machst Guck mal das Display an Das orange, ne Und dann drückt mal STRG-C Das ist doch das gleiche wie Einstellungen kopieren, oder nicht? Ne, ne, geh mal aus dem Menü raus Und dann drückt einfach nur STRG-C Und jetzt guckt ein Display an, drückt STRG-V Das war der falsche Knopf Ja, bei dem wird das wahrscheinlich nicht gehen, weil das ein anderes Display ist Ah, ja, okay Aber das funktioniert auch mit Maschinen und, und, und Also du musst nicht ins Menü reingehen, sondern kannst einfach STRG-C drücken Ah, okay Hab ich, äh, gestern vielleicht dann ein YouTube-Video festgestellt Ah, cool, cool, cool Ja Ja, ich würde sagen, ich werde Warte, warte mal da Ah, ne, du musst hierher kommen, genau Ähm, wie komme ich zu dir? Und wo bist du? Ich bin in der Hauptbase und wir müssen zu deinem Kohle vorkommen erstmal Zu meinen? Ja Ah, ja, ja, mhm Aber es läuft ganz gut soweit, oder? Nö Nicht? Ne Ach, scheiße, wir haben zu wenig verdichtete Kohle wahrscheinlich, richtig? Nö Möchtest du mir genauere Antworten als Nein geben? Nö Oh, warum nicht? Ach, wirst du sehen Okay Ich sehe dich hier gerade angefetzt kommen Okay, dann können wir rüber Hm, äh, Pe- Peanut hat dir das AKW geschickt Oh, äh, ja, ich schaue sofort Ich will nur eben sicher gehen, dass ich, ähm An der richtigen Stelle rauskommst? Ja Ja, kann ich verstehen Es hat schon was im Fliegen, seinen Kaffee zu trinken Äh, ja So, ich bin da, wo bist du? Äh, bei den Drohnen Ja, okay Okay, am, 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 am Oh, oh Hm? Ja, okay Ja, ich musste zwei weitere Ports bauen Ja Ah, ich weiß, was das Problem ist Oh, ich bin so ein Idiot Nein Du bist kein Idiot Nur manchmal schusselig Ja Ich meine, daran hätte ich auch denken können, dass das nicht ausreicht mit einer Drohne Ne, ne, was anderes Wir müssen jetzt ganz schnell zu deiner Basis Wo der Treibstoff hergestellt wird Ich habe vergessen, da einen Splitter anzuschließen Oh Aber ja, ich musste neue Drohnen bauen Ach, und du kannst dich direkt zu deinem, äh Ja, ja Okay, gut Oh, ich bin ein bisschen hoch, glaube ich Ja, das ist egal Ich muss einfach nach hinten drücken So, ich müsste eigentlich genau auf dem Drohnenport landen Ja Siehst du mich da eigentlich fallen? Ich sehe dich nämlich nicht Oh, doch, ich sehe dich Ich sehe dich nicht Doch, jetzt sehe ich dich Ja, hier ist Treibstoff Wieso fliegt denn nur eine Drohne? Hast du da hinten auch Treibstoff reingemacht? Ja, jetzt wieder Du brauchst ja einmal Starter-Treibstoff quasi, dass die von da hinten losfliegen Ja, ja, die flogen ja schon die ganze Zeit Achso Ähm Ja Ah, da kommen zwei Drohnen Nehmen die sich hier keinen Treibstoff raus? Doch, eigentlich schon Warte, ich stelle mich ins Förderband und gucke Weil der müsste sich ja eigentlich betanken, sobald die gelandet ist Wo ist denn eine Drohne? Äh, da kommen gleich zwei Stück Ach, die fliegen jetzt aber einen anderen Weg als vorher, oder? Ja, die fliegen jetzt im Kreis Die zwei Neugebauten Weil die Strecke hier ist kürzer Beim, äh, beim Hinflug Beim Rückflug fliegen die wie die andere Drohne Ah, okay Ja Ah, das coole ist, die, die balancieren sich gegenseitig aus Dadurch, dass die jetzt da oben idelt Äh, handelt die ihre Wartezeit aus Und dann haben die sich gleich ausbalanciert Mhm Bei der anderen Drohne hat's ja auch die ganze Zeit funktioniert Dass sie sich volltankt Ja Ja, die tankt sich voll Ist ja komisch Vielleicht durch Dadurch, dass der Server kurz geupdatet wurde Dass es dadurch irgendwie gehangen hat oder so W-w-w-warum? Oh, warte mal Das Ding über meinem Kopf ist weg Oder hast du's hochgehen lassen? Nee, nee, das ist weg Oder, dass es explodiert, weil ich da hinten ganz viel abgeräumt hab Oh ja, das wird dann explodiert sein Ah, schade Du bist wahnsinnig Ich, ich wollte an die Drohne, äh, Sprengstoff anbringen Ja, sag ich ja, du bist wahnsinnig Ja, äh, jetzt können wir Jetzt müsste auch das Flackern des Netzes langsam wieder sich reduzieren Mhm Weil der Mangel an Kohle hat dazu gesorgt, geführt, dass, äh, alles geflackert hat Oh ja, okay Okay wo bist du da bist du hast wahrscheinlich auch eine schuss abschuss rampe zu dir hingebaut oder selbstverständlich ja dachte ich mir schon warum auch nicht du weißt gar nicht wie froh ich bin wenn wir hier alles wieder abreißen also die hauptbase die wir jetzt gerade haben da oder ja ich freue mich schon richtig drauf alles abzureißen und das dann noch mal die ganzen heilen noch mal schön neu zu bauen da wir jetzt auch viel effizienter bauen können mit den ganzen meinern und so die wir jetzt neu haben und so muss hier nämlich darauf eingangs auf die andere seite musst du wie auf die andere seite auf die andere seite von der nähe nach rechts da wo der zug gerade raus fährt ja da oha das sieht richtig gut aus hier also hier ist der eingehende bahnhof da werden nur die ressourcen gebracht und hier soll dann später die ressourcen abgeholt werden ja aber das ist noch nicht fertig aber wir können jetzt mal eben hier hoch laufen das sind die tragestützen hier ja das sieht richtig gut aus da sind fließbänder drinnen erwarte mal komm ein schockwerk tiefer hier ist die verteilebene ja ist noch nicht hübsch gebaut worden dann kommen hier die fabriken voll gut ja und das ist eigentlich nur hier wird was wird hier hergestellt hier wird schon direkt aluminium gebrannt ok ich habe übrigens einen tipp gesehen wie man und hier wird quatsch und das spiegelt sich einfach irgendwas wollte ich sagen was den tipp gesehen wie man genau zum einen hatte gesagt man soll unbedingt diese energie alien dinge aus dem semr in mm erforschen also diese power abteile ich weiß was ich meine und ich weiß gerade nicht wo du bist ach so ich bin wieder runter gerannt ich guck mich um ähm und man kann ganz gut diese awaken reawaken sam sam du weißt welche dinge ich meine oder ja die kann man ganz gut schreddern die geben super ultra mega viele punkte ok ja das können wir auch noch mal machen äh und dann können wir hier runter fallen ach genau so so dann zieh mal deinen anderen den hier an genau das geht schneller und das denn die fabrik hier wird gerade alles material hin und weg gebracht und hier auf der linken seite wird halt aluminium oxid hergestellt mega gut und dann hier auf der rechten seite kommt jetzt die fabrik für die aluminium platten und für die gehäuse und für äh wie heißt das gleich noch ähm äh für kühlkörper ja und warte das wichtigste überhaupt stell dich mal hier hin wo ich gerade bin und guck mal hier an die wand wie unter baupläne findest du unter leuchten leuchtende barrieren wie hast du die gemacht da ist einfach ein schild reingekrammt oh mega gut auf beiden seiten und ich dachte halt orange sieht am besten aus ja richtig gut ja und noch was anderes cooles wenn du mir folgst warte ich mach mal die schilder noch weg die bohne oh ja genau wenn du f drückst und einmal r kannst du baupläne abbauen übrigens ja warte warte wo bist du da genau das vergesse ich jedes mal äh fällt dir in die richtung was auf du hast äh meinst du das mit dem wasser oder was ja äh was soll mir denn auffallen außer dass du ne wand da durchgebaut hast ja versuch mal an ne schräge plattform ne wand zu setzen geht nicht genau und wie hast du gemacht ah das ist relativ einfach ach du hast das sind hier keine schräge plattformen das sind gerade plattformen ja mhm du kannst halt wenn du ne plattform setzt steuerung gedrückt hältst und hier auf die schräge das hältst und dann einmal h drückst dann wird das gespeichert dann kannst du nach vorne gehen nach rechts und dann kannst du schrägen bauen oder was halt richtig gut funktioniert ist wenn du das so hast mhm nimmst du einen gefärbten träger setzt die an die eine kante und dann mit freiform setzt du die an die andere kante mhm dann kannst du das so platzieren und mit h machst du wieder ein hologramm ne das funktioniert ja wirklich ultra gut genau und dann kannst du halt so bauen oh diese möglichkeiten für meinen turm und dann löscht du den hier einfach und dann hast du jetzt ne astreine schräge oh wie gut oh diese möglichkeiten für meinen turm äh ich muss mal ganz kurz zurückrufen so wie viel haben wir denn eingenommen 33 das doch passt nicht so 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 nee 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 leider noch gar nicht weil Manni gerade am telefonieren ist oh doch sie hat es mir zugeschickt verdammt so so nice aus. Das sieht richtig richtig gut aus. Besonders die Halle dazu. Nice. Cool. Oh, Block 2 am bauen. Okay. Irgendwas spezielles dafür geplant. Und... ... 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 Die ist gerade und es gibt gerade mal zwei M-Bagger, okay. Nice. Oh, ich habe gestern auch noch was gesehen, das fand ich eigentlich ganz geil. Da bin ich auch am überlegen, das umzusetzen. Wenn du zum Beispiel jetzt sowas hier hast, nehmen wir die Gießerei. Da haben die mit Clipping, ich glaube, die haben kleine Metallsäulen genommen. Ja. Da haben die dann mit Clipping irgendwie versucht. So, dann hier. So. Das war's für heute. Das war's für heute. Also die haben das dann mit Clipping gemacht, dass das dann halt so... Da drinnen steckt. Das sah richtig geil aus. Aber soll wohl mega die Arbeit gewesen sein. Das war's für heute. Ah, willkommen zurück. So. 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 Oh Gott. 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 Oh. Oh Gott. 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 Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Oh Gott. Oh. 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 Oh.